Fortnite, da hat das bei mir so ein bisschen einen Negativ-Faktor erreicht. Oh, das kann schon sein, das ist Fortnite. Das macht Kinder dumm. Dabei habe ich denen echt... Dabei habe ich denen Alcadeas versprochen. Wenn sie... Das macht Kinder dumm. Das ist Fortnite. Das macht Kinder dumm. Das kann schon sein. Weißt du, nicht mal... Ja, laut irgendwelchen Studien der Wissenschaftler aus der Uni 367 Ludwigsburg hat Fortnite zu negativen Ergebnissen in den Schulleistungen geführt. Nein, Fortnite macht Kinder dumm. Na ja, ganz falsches Wort. Ja, und COD macht Leute gewalttätig, oder? Nö, warum? Immer wenn man solche Diskussionen hat und ich den Leuten erzähle, bei welchem Spiel ich am meisten ausgerastet bin. Digimon. Was? Nein, Schach. Stimmt, da war was.